Auch vorne ging es weiter zur Sache. Zische, er hat noch beim Einwurf und dann was macht er denn, der verrückte Hund? Da hält er einfach mal drauf, der Mann, der in der vergangenen Spielzeit zum Akteur der Saison gewählt wurde beim MSV Neuropean. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schische, Fehler, Borga, 2 zu 0 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Er hat auch schon Erfahrungen in der Regionalliga sammeln können und hier behält er die Nerven. Schaut nochmal hoch, was macht der Keeper? Zischer trifft hier zum 5 zu 0. Die Ecke wird auf Zische gelegt und er trifft zum 2 zu 0. Wieder Novacic und Zische im Zusammenspiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja!